Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Browserhood. Ja, ich hatte leider dieses Aquädukt noch vergessen, deswegen reparieren wir das noch schnell. Ich war nämlich gerade schon da beim Rumlosgrab und hab gesehen, dass der Wasserspiegel immer noch nicht vollständig war. Das lag daran, weil dieses Aquädukt noch nicht repariert war. Jetzt fließt dort Wasser entlang. Und jetzt dürfte dort der Wasserspiegel gestiegen sein. Ja, wo jetzt? Komm. Dann können wir es jetzt endlich aufmachen. Das letzte Rumlosgrab zu suchen und zu machen. Ich weiß auch genau, warum ich mich so gewundert habe, dass man da einfach nicht hin konnte. Weil ich beim letzten Mal Assassin's Creed Browser durchspielen die Aquädukte gar nicht bewusst mit dem Rumlosversteck in Verbindung gebracht habe. Ich hab die Aquädukte vorher schon alle repariert. Deswegen fließt hier Wasser runter. Der Spiegel ist angestiegen. Und man kommt hier herunter. Schön. Einfach nur schön. Endlich. Bald ist die Rüstung unser. Bald. Leitwolf. Den Schrein ist rumlos finden. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige von ihr. Okay. Hier wird also gekämpft. Wir haben viele neue Rekunden gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene. Die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Was? Was? Ihm hinterher. Oh Mann. Ruckel, ruckel. Lass mich in Ruhe. Nein. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Wie du als die an den Löchern gekrochen haben. Komische Kleine. Nein, dein Mann. Hilfe! 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 Kondos jetzt. Mann. So. Was soll das? Ich würde es gar nicht erst probieren. Ich würde es nicht erst probieren. Und Romulus wird uns alle segnen. Na komm her. Vergesst sein Blut. Versucht es doch. Wo kommt er wohl her? Noch ein schnelles Gast. Wo kommt er hoch? Komm her hoch. Ach so, komm her hoch. Nu. Komm schon, bevor sie wieder ihre Scheiß teilwerfen. Ach. Aua. Aua. So wartet doch. Hilf dir selbst. Aua. Was für instabile Gemäuer sag ich mal. Bleib schon stehen du. Du bist ein toter Mann. Ach. Weil die immer so tun, als würden sie angreifen. Dann machen sie es doch nicht. Fehler. Fehler. Ne? Das war's auch mit dir. Hey. Ach. 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 Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Drecksäcke nichts könnt ihr nichts okay wir dürften es weitergehen da ist also da ist er doch nein meine gute meine gute kommt jetzt nein ach ich hasse diese abwasserkanäle ehrlich ui okay dein ende naht assassine besänftigt Romulus! Tötet ihn! Was habt ihr denn alle mit eurem Romulus? Aua! Drecksäcke, Alter! Ja? Ach, Mist! Mist, damit haben wir zwei Quadrate verloren. Romulus, bestraft jene, die nicht kämpfen! Wir kämpfen doch! Seht ihr doch? Das war's, was ihr könnt, kann ich auch. Romulus, bestraft jene, die nicht kämpfen! Hm, das habt ihr, habt ihr gesehen, was? Habt ihr das gesehen? Aua! Ach! So! Lass dir meinen neuen Spruch einfallen! Der wird langweilig! Ah! 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 Habt ihr diese Lügen von euren Borja-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit! Du bist es, der Lügen verbreitet! Gib mir das Schiffrierblatt! Ich geb dir nur eins, den Tod! Lass dir die Schiffrierblatt! Ah! Halt vor Aufi! Hang den Wasser! Okay! Oh! Geh mal zum Schwert über! Was war das denn? Alter! Nein! Oh! 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 sauer jetzt bin ich aber sauer für steck schauer mal wir haben hier vier quadrate verloren es werden nur fünf quadrate normalerweise damit finden wir den letzten schlüssel aber erst mal können wir natürlich alle truhen und nun holen wir uns den letzten schlüssel das stil schief ria blatt kann man sagen ja wir kehren nach rom zurück und damit haben wir den erfolg klempner erledigt leider nur 50 prozent synchronisation denn wir wurden wir haben zehn quadrate verloren was sie mir gar nicht vorstellen kann weil er hat es sein schwert geworfen und ja voll dumm aufkommen ja hier wo ein rekrut ist bereits um ein assassin zu werden geil dann sollten wir das vielleicht erst mal machen bevor wir dann direkt runter machen zum letzten schatz des romulus der befindet sich hier unten und noch der letzte templar hauptmann und sein turm jetzt habe ich aber das wo ich eigentlich gucken wollte gar nicht gemacht ich glaube wir müssen jetzt extra zu tiberinsel um diese um den rekruten zum assassin werden zu lassen also wo hier ist wo ist hier in der der nächste da ist der nächste tunneleingang schuldig dass ich ein bisschen schliefe aber ich bin immer noch erkältet es ist immer noch dieselbe aufnahme session die ich nach dieser folge wahrscheinlich beenden werde erst mal denn es fängt wahrscheinlich ziemlich schon ziemlich an zu ruckeln hier ja das aquädukt können wir auch noch mal reparieren wenn wir jetzt schon mal hier sind daneben können wir es ja gleich normal reparieren wo ist das eine oder dasselbe hier ja das wird wohl genügen nicht 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 eine eine öffentliche auspalt der vielleicht wenn ich nicht direkt immer insel da machen wir zählt direkt Geht. hätte das nicht gleich losgehen können ja gut da kommen wir eben zur vordertür rein lehrer schäfer notlag der coolung munkin die weisheit unseres kredos steckt in diesen worten wir arbeiten im dunkel um dem licht zu dienen wir sind assassinen nichts ist wahr alles ist erlaubt ja und damit haben wir den ersten voll ausgebildeten assassinen voll willkommen in der bruderschaft haben wir damit dann können wir jetzt auch gleich noch mal gucken gucken hier da gucken er ist jetzt vollwertiger assassine er auch er auch er auch du bist sind gleich vier assassine auf einmal aufgestiegen kann man so sagen er ist stufe 2 ist doch auch was damit schon vier super assassine ein kurs stehlen wow können wir ihnen schicken ihnen schicken ihnen schicken vielleicht auch ihnen schicken warte mal ne ich wollte mal was ausprobieren wenn wir ihnen nochmal wegschicken würden ihn wegschicken würden ne das würde es nicht bringen starten wir diese mission schlagen ins gesicht na das ist mir zu risikoreich da warte nehmen wir ihn nochmal weg sie hin 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 gut das werde ich viel bringen wir haben bei 95% stufe 2 schicken wir ihn hin da haben wir dann einen guten super assassin noch bei uns und ich sehe gerade wir überziehen gerade die folge deswegen verabschiede ich mich von euch bis dahin damit haben wir den letzten romulus schlüssel und können uns dann in der nächsten folge die schöne romulus rüstung besorgen und gleichzeitig noch den letzten borger hauptmann und seinen turm zerstören obwohl wir den hauptmann eher umbringen anstatt zerstören aber es kommt ja auch dasselbe dann hätten wir auch alle nebenmissionen also jedenfalls die alten ganz coolen nebenmissionen abgehakt dann können wir für die letzten folgen nur noch mit vollem ganz auf die hauptmission konzentrieren naja ich bedanke mich fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen angenehmen tag bis dahin ciao das ist Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018